Lieutenant, wo sind wir denn jetzt gelandet? Schwer zu sagen, dass wir scheinen Strange New Worlds zu sein. Warum hast du das denn auf Englisch gesagt? Und was soll die alberne Betonung? Wir waren einfach mal danach. Das ist ja nun schließlich das zweite Mal, beziehungsweise das erste Mal vom zweiten Mal. Okay, das war jetzt das letzte Mal, dass ich mit dir klingonischem Blutwein getrunken habe. Das Zeug scheint dich jedes Mal in fremde neue Welten zu entführen. Commander und Lieutenant Rolf Ahoi hoi und willkommen zu Rolfs Filmkritiken. Endlich ist es soweit. Die zweite Staffel von SNW, die Serie so zu nennen, spart nämlich eine Menge Zeit, ist erschienen und ich möchte unbedingt mit euch über die erste Folge diskutieren. Wie bei meinen PK-Recaps würde ich zunächst die Episode mit eigenen, manchmal ein bisschen satirischen Worten zusammenfassen, dann mein Urteil abgeben, in stundenlange Feinarbeit das Video schneiden, dieses direkt nach dem Rendering hochladen und anschließend gebannt auf eure Kommentare warten. Die Enterprise liegt im Raum-Doc und soll inspiziert und überholt werden. Und für alle, die es nicht wissen, es handelt sich um die NCC-1701. Kein verdammtes A, kein verdammtes B und ganz gewiss auch kein verdammtes D. Captain Pike nutzt die Zeit, um mit einem Shuttle wegzufliegen, um Commander Jyn Riley wiederzuholen. Ihr erinnert euch, sie wurde inhaftiert, weil sie eine genetisch Veränderte ist. Die restliche Folge müssen wir also auf Pike verzichten und bekommen Spock quasi als Captain. Das quasi in diesem Satz klären wir noch. Spock jedenfalls leidet unter Stress und mein verehrter Doktor empfiehlt ihm, Harfe zu spielen, weil das beruhigend wirkt. Doch für Ruhe bleibt keine Zeit. Und das nicht nur, weil Chappelle den Raum betritt und Spock offenbar starke Gefühle für sie empfindet. Uhura empfängt ein Notsignal, welches mutmaßlich von Nguyen Singh stammt. Ihr erinnert euch, die Frau, die zum Schutz eines Kindes die Enterprise verließ. Das Problem ist jedoch, dass die Quelle ein Dilithium-reicher Planet ist, den sich Föderation und Klingonen teilen. Mal haben die einen, mal die anderen Schicht. Aktuell sind es die Klingonen. Spock macht daraufhin einen Vorschlag, mit dem ich nicht gerechnet hätte und der mich an den dritten Star Trek-Film erinnerte. Die Enterprise soll gekapert werden. Man täuscht also technische Probleme vor, um alle außer der Kern-Crew von Burt zu bekommen. Doch eine Inspektorin fällt nicht auf den Trick herein und das veranlasst Spock zu einem Satz, bei dem ich heftig lachen musste. Ihr Mangel an Besorgnis beunruhigt mich. Zu unserer aller Überraschung hilft die Frau unserer Crew jedoch und anscheinend kennt sie sogar Spocks Mom. Später wird sich herausstellen, dass sie diese sogar erzählt hat, dass sie in Wirklichkeit Lantaniten ist. Das ist eine unsterbliche Rasse. Wie am Ende von PK Staffel 3 gibt es nun eine kurze Diskussion darüber, was Spock am besten sagen soll, um das Losfliegen einzuleiten. Quasi was seine Form von Engage ist. Er entscheidet sich für Ich wünsche, dass das Schiff fliegt. Jetzt. Das wurde uns ja schon im Trailer gespoilert, zu dem ich übrigens eine fancy Reaction angefertigt habe, so richtig mit hysterischem Schreien und dem inflationären Gebrauch der Formulierung Oh mein Gott. Auftritt der Klingonen und wir sehen ein Kampf trinken zwischen einem von ihnen und unsere Nunien Singh. Und wie sich zeigt, muss dieser Blutwein echt heftig sein. Das war jetzt das letzte Mal, dass ich mit der Klingonischen Blutwein getrunken habe. Jedenfalls hat Nunien herausgefunden, dass ein paar fiese Kapitalisten den Krieg mit den Klingonen wieder anzetteln wollen, damit mehr Geld mit dem Dilithiumverkauf generiert werden kann. Kein Wunder, dass die Föderation im Kern kommunistisch geworden ist. Der Doktor und Chapelle werden von Klingonen entführt, um verletzte Klingonen zu heilen. Denn wie sich herausstellt, bauen diese ein Föderationsraumschiff der Crossfield-Klasse. Der Plan, später die eigenen Landsleute damit angreifen und durch die List den Krieg erneut heraufbeschwören. Und apropos Krieg, der gute Doktor scheint ein krasses Kriegstrauma zu haben. Er und Chapelle befreien sich, indem sie ein paar Klingonen verkloppen. Angesichts der Zierlichkeit von Chapelle halte ich das für ziemlich absurd. Sie unternehmen zwar etwas Asterix und Obelix Zaubertrank mäßiges, um stärker zu werden, doch ein menschlicher Körper ist trotzdem zerbrechlich. Mir fällt das zumindest auf, wenn ich hin und wieder beschließe, des Abends eine Feierlichkeit aufzusuchen. Aber egal, der Doktor manipuliert den Transponder des Schiffs, damit dieser eine enthüllende Nachricht sendet. Im Orbit des Planeten taucht unterdessen ein Klingonenkreuzer auf und die Enterprise versteckt sich. Dann startet das Schiff und Spock zieht aus dem Transponder-Signal exakt die korrekten Schlüsse. Bei der Szene hatte ich den Eindruck, dass man sie eingebaut hat, damit der unaufmerksame Zuschauer alles versteht. Denn genau genommen hat Spock den bisherigen Plot halt kurz zusammengefasst. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr das auch so empfunden habt. Um sich zu retten, fliehen der Dok und Chapelle in den kalten, kalten Weltraum. Dort dauert es übrigens eine Minute, bis man stirbt. Aber das Gute daran ist, dass man schon nach 15 Sekunden ohnmächtig wird. Glücklicherweise empfängt die Enterprise noch rechtzeitig das Transponder-Signal der beiden und ein bisschen angefrostet gelangt der Dok und Chapelle an Bord. Letztere hat einen Atemstillstand und Spock befiehlt ihr, heute nicht zu sterben. Und letztlich macht sie es dann auch nicht. Vermutlich hat die Herzdruckmassage auch ein bisschen geholfen. Was mir jedoch komisch vorkam, Doc und Chapelle springen aus dem Raumschiff, kurz darauf wird es mit Torpedos beschossen und explodiert. Aus der Explosion heraus werden die beiden nach Hause gebeamt. Hätte die Explosion sie nicht eigentlich, naja, umbringen müssen? Wie seht ihr das? Jedenfalls hat der Klingonenkreuzer die ganze Sache mitbekommen und glaubt Spock natürlich nicht, dass er die Attacke eigentlich gut gemeint hat. Doch das ist nichts, was nicht mit einem köstlichen Blutwein aus der Welt geschafft werden könnte. Spock und der klingonische Käpt'n trinken also einen und alles ist tippitoppi. Und obwohl alles tippitoppi ist, muss die Sternenflotte Spock natürlich noch dafür bestrafen, dass er jede Menge Vorschriften missachtet hat. Aber sein Vorgesetzter meint, dass der Kater durch den Blutwein Strafe genug sei. Spock brummt nämlich mächtig der Schädel. Jetzt könnte man denken, das sei ein billiger Witz. Zumindest dachte ich das in dem Moment und war ein bisschen enttäuscht. Doch dann stellt sich heraus, dass man es sich im Moment nicht leisten kann, einen guten Offizier zu degradieren, denn es droht der Krieg mit den Goren. Und mit dieser schrecklichen Nachricht endet die Folge. Beziehungsweise noch nicht ganz. Denn bevor der Abspann einsetzt, wird die ehemalige und verstorbene Uhura-Darstellerin gewürdigt. Der Abspann selbst ist übrigens bei weitem nicht so opulent, wie der von der dritten Staffel Picard. Nun zu meinem Fazit und ich fasse mich kurz, denn es war ja schließlich bisher nur die erste Folge. Rein optisch ist es wieder einmal hervorragend. Die Raumschiffe sehen fantastisch aus, genauso die kurze Raumschlacht. Auch wenn ich es ein bisschen unrealistisch finde, dass Ortegas den feindlichen Torpedos so gut ausweichen konnte. Inhaltlich fand ich die Folge sehr solide. Wir bekamen kleine Häppchen Politik, unsere Crew hat eine Verschwörung aufgedeckt und sie zerschlagen. Der Doktor ist wie immer die interessanteste Figur, Stichwort Kriegstrauma und Spock ist in keiner Weise der Spock, den wir aus TOS kennen. Er hört auf sein Bauchgefühl, bekommt Tränen, wenn er einen Befehl erteilt, leidet unter Stress und spielt Harfe und hat Gefühle, die er nicht näher definieren kann. Alles in allem ein viel emotionalerer Bursche als ich es bin. Und ich bin mutmaßlich nicht nur ein halber, sondern ein ganzer Mensch. Und als solcher sage ich, das war eine tolle Folge und ich freue mich sehr auf die nächsten. Ich stand heute vor der Wahl, entweder Black Mirror zu schauen und zu reviewen oder Strange New Worlds. Und obwohl ich Black Mirror liebe, habe ich mich für Star Trek entschieden. Und nun, da die Folge vorbei ist, kann ich mit Gewissheit sagen, ich bereue diese Entscheidung nicht. Zum Schluss noch etwas Langweiliges. Ihr könnt dazu gerne abschalten. Ich habe die Serie nun zum ersten Mal auf Deutsch gehört. Staffel 1 habe ich aufgrund von Paramounts Veröffentlichungspolitik nur auf Englisch gesehen. Und zunächst einmal finde ich es beruhigend, dass das Fremde Neue Welten Intro genauso lustlos, langweilig und mit schlechtem Timing eingesprochen ist wie im Original. Grundsätzlich gefällt mir die Synchro zwar recht gut, aber ich glaube, ich habe sie mir durch die englische Variante versaut. Denn die Sprecher, insbesondere Spock, der Doktor und Pike, haben völlig andere Klangfarben. Der Doktor klingt nicht so kratzig, Spocks Stimme ist viel höher und Pike hat im Original eine gewisse Coolness, die im Deutschen fehlt. So, jetzt aber Schluss. Jetzt wird geschnitten, gerendert, hochgeladen und auf Kommentare gewartet. Lebt lang und in Frieden.